Motogross time, yeah! Hallo liebe YouTube Freunde und alle Leute im Livestream, hey guten Morgen erst mal, es ist jetzt für die YouTube Leute 7.12 Uhr, guten Morgen erst mal allen gewünscht im Livestream und natürlich auch alle Leute bei YouTube, guten Morgen, guten Abend und gute Nacht und sollten wir uns nicht mehr sehen, auf Wiedersehen. Ja, hab ich geklaut von der Truman Show. Wer den Film nicht kennt, naja, zieht's euch rein und ja und jetzt war mal ein bisschen wieder so ein Brumm, Brumm, Brumm und so und ich versuche jetzt, ich werde mir mal einen Timer stellen, ich versuche jetzt mal den nächsten Level, also den nächsten Upgrade, wahrscheinlich ist das unmöglich, weil dazu brauchst du einen Pro Gamer, jetzt geht's, weil ich hab die, die leichtesten Sachen hab ich glaube ich hinter mir von diesem Tutorial, jetzt muss ich praktisch noch einen Win machen und zwar fehlerfrei und das geht gar nicht bei dem Spiel. Versuch mal bei dem Spiel fehlerfrei zu schauen, also ich krieg's nicht hin. Ja, die anderen bestimmt, aber wer ich aber, das Problem bin ja ich. Und wenn ich das aber hinbekommen könnte, was ich aber nicht schaffen werde wahrscheinlich, das hat jetzt nichts mit negativ denken zu tun, sondern man muss ja auch seine Grenzen kennen, seine Fähigkeiten. Ich kann ja nicht so tun, ich bin ja lieber Gott, bin aber nicht der liebe Gott, verstehst du? Ich bin ja kein übergeschnappter, kandidierter Mensch oder so, sondern ich bin ein absoluter Realist, ich kenne meine Fähigkeiten, ich kenne meine Möglichkeiten und ich weiß, wo ich hin will und was ich kann. So, da weiß ich, im Moment bin ich dann noch nicht, wo ich hin will, weil das kann ich noch nicht. Ein Timer, wenn wir mal ein Timer, wir geben uns mal so ein bisschen Motorrad so, das Motorrad ist übrigens das Ersatzspiel, ja, für die YouTube-Leute, die es nicht wissen, wir haben normalerweise so kleine Spiele gehabt, die wir so zwischendurch immer mal spielen wollten, für ein bisschen Spaß, ein bisschen Fun und so. Das war zum Beispiel dieses, wie hieß es, Moment, please, I'm showing the, und zwar nennt sich das Freestyle Football. Ja, Freestyle Football und das war dieses Fußballspiel, das war recht nice, das war so ein kleiner Burn-up für zwischendurch, wenn man zum Beispiel Pizza macht oder so, ja, dass man zwischendurch noch ein bisschen spielen kann. So, die haben aber die Surfer eingestellt, was ich natürlich mega schade finde, weil das hat echt Bock gemacht, dieses kleine Fußballspiel irgendwie so. Das habt ihr jetzt aber nicht von mir, okay, weil ihr wisst ja, normalerweise, mit Fußball kann ich nichts anfangen und wenn ich jetzt sage, das hat mir mega Spaß gemacht, dann würden alle Leute, die ich immer so vernichtet habe mit FIFA, die würden sagen, Kursi, du hast dich jetzt gerade geoutet, dass du Fußball magst. Also deswegen, lasst uns das leise sagen, dass mir dieses Spiel Spaß gemacht hat mit dem Fußball und okay, das muss ja nicht jeder wissen, okay, das bleibt dann unter uns, weil normalerweise, verstehst du, so, ja, und so ist es. Aber ich würde mir auch gerne mal dieses FIFA mal angucken, aber, habe ich das jetzt gesagt gerade? Nimmt es nicht so wörtlich, ich bin wahrscheinlich wieder geistig umnachtet oder sowas, habe ich jetzt nicht gesagt, habe ich jetzt nicht gesagt, so, aber, ja, mal angucken. Oder so, vielleicht, ja, wie gesagt, es gibt 80 Millionen FIFA-Versionen, welche da die richtige ist zum Angucken, weiß man nicht. Und deswegen kostet auch wieder Geld, haben wir nicht und von daher, ähm, boah, ne, ne. Und außerdem, dann würde ich lieber dieses Whistling spielen, also da gibt es ja wieder, da haben wir dieses Whistling WMK 2016, gibt es auch schon die 17er und der 18er, kostet aber dummerweise 50 Euro. Puh, schüch, jede Version, jede Version kostet 50 Euro, das wäre auch so ein schönes Nebenbeispiel. Für zwischendurch so, also keine epischen langen Dinger, sondern einfach ein bisschen Spaß für zwischendurch, kostet aber 50, also 49 Euro noch was. Also das Problem ist, bei der 2017er Version hast du nicht, kein DLC dabei, ne, du kriegst auch noch DLCs dazu. Bei der 2018er Version hast du auch kein DLC dabei für 50 Euro und musst du auch extra kaufen. Bei der 2016er Version sind alle DLCs mit dabei, also von der 16er Version halt, für 50 Euro. Dann denke ich mal, das ist dann eine gute Investition, weil du hast alle DLCs, hast also eine Menge Spaß, weil es ist ja egal, ob du einen 17, 18 hast, weil ich kenne alles nicht. Also ist für mich sowieso alles irgendwie schön und wahrscheinlich toll. Also brauche ich nicht unbedingt eine 17er oder eine 18er, reicht auch die 16er, wo ich dann aber wesentlich mehr habe für mein Geld als bei den anderen sozusagen. Für jemanden, der nichts kennt, spielt das ja keine Rolle, weil für dich ist ja dann alles gut, was zuerst kommt, oder? Und außerdem ist das toll, wenn man sowieso mit den früheren anfängt, als mit den letzten oder so. Das ist wie bei Assassin's Creed. Da sind wir jetzt ja auch beim zweiten Teil. Mit Assassin's Creed haben wir noch eine Menge zu tun, da gibt es ja eine Menge Teile, also von daher ist alles easy. Aber wie gesagt, also viel Football ist eingestellt worden und jetzt ist unser neues Zwischendurch-Bumms-Dingse, denke ich mal, dieses Motorrad-Ding, wo wir immer mal wieder so ein bisschen Brumm-Brumm machen und ich versuche ein bisschen levelmäßig weiterzukommen. Weil wenn ich levelmäßig weiterkomme, dann gibt es mehr Karten und mehr Action, mehr und mehr zu sehen. Wenn ich aber nicht weiterkomme, ja, dann können wir nicht mehr sehen, weil ich es nicht drauf habe oder so. Natürlich blöd, warte mal, lass mal einen Timer stellen. Gib uns mal so eine, weiß nicht, so 40 Minuten so, 40 Minuten so, so. Ist doch gut, oder? So, mach ich halt läden, halt läden. Schlafen, äh, äh. Irgendjemand sagt Moin, wie Moin jetzt? Wichtig, was sagt jetzt Moin? Achso, wegen dem Moin, okay. Kann man, wenn man tot ist, sagt, von Magic, Schlaf ist überbewertet. Ist kurz das Game, äh, als Game angezeigt. Au, scheiße, nee, echt jetzt? Jetzt hat das aber geändert, oder? Zeig mal her. Ja, jetzt hat das geändert. Äh, genau, F5 drücken. Okay. Alright. Right. Right for the fight, right for the fight. Ich bin bereit, ich bin bereit for the fight. Willst du kommen in mein Stream? Mit mir rappen, das ist gut. Yeah, Freestyle rappen, willkommen auf der Elbmahl. Ich lasse schon wieder viel zu lange auf mich warten. So, äh, Moment, please. Wo ist denn jetzt? Ist das ein Bildschirmmodus? Ja, ich glaube, wir hatten das dann im Bildschirmmodus gemacht, oder? Kann das sein? Äh, dann muss ein Bildschirmmodus entscheiden. So, ich lasse schon wieder viel zu lange auf mich warten. Ja, einfach mal die Eier von der Terrasse hängen lassen. Ja, die hängen bis unten hin, Mann. Mit Jacuzzi und einem großen Garten über die Stadt. Yeah. Ah, da kommt es noch. Okay. Wow, schön. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Herzlich Willkommen bei Motorcycle. Ich bin früher mal BMX gefahren. Bicycle Motorcross. Also Fahrrad. Übersetzt Fahrrad. Motorcross Fahrrad. Also Fahrrad halt. Und, ja, da habe ich mir einen Arm gebrochen. So, warte mal, ich sehe den Streamer dann. Moment, please. Moment, please. I'm looking to shit. Modus und alles mögliche. Ich kriege sonst nichts, I'm going to sehen. You right? Willkommen, Störleberger. Verbände mit OrbeSoft Server. Yes. Okay. Okay. So, also, wir versuchen heute, ein Level weiterzukommen. Irgendwie was zu schaffen. Irgendwo. Bei irgendeiner Karte muss ich noch eine Silberplakette bekommen. oder eine Goldplakette, keine Ahnung. Dann habe ich irgendwas freigeschaltet. Wenn ich das nicht schaffe. Nada, netze, notz, lobos, netzos, matzos, 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 hatzos. Verstehst du? Ich kaufe mir bald eine Enduro. Enduro, endudu, endudu, du, 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 du. Fahrrad. Bic. Mach der. Puh, schüch. Quiitsch. So, wie ihr sehen könnt, wir stehen genau hier. Ja, jeder dieser Karten, jeder dieser Block hat anscheinend mehrere Karten drin. So, das heißt, um den nächsten Block freizuschalten, muss ich 9 Medaillen schaffen. Ich habe jetzt, äh, gucken wir mal rein. Acht Mir fehlt noch eine Medaille Das ist das Problem Dann komme ich in die nächste Dings Und da sind dann auch wieder wahrscheinlich Wenn wir Glück haben Also hier haben wir zum Beispiel Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sieben Karten haben wir hier So Um praktisch vielleicht die nächsten sieben Vielleicht sind da auch zehn drin Ich weiß es nicht Kann man da eigentlich reingucken So das heißt also Vielleicht sind hier auch sieben Karten drin Vielleicht sind auch nur drei drin Oder mehr, weiß man nicht Aber um da spielen zu können Also die nächsten gefährlichen Missionen Karten Muss ich dummerweise hier noch eine Medaille schaffen Das Problem ist Ich schaffe hier keinen Ja, das ist das Problem Aber wir probieren es mal trotzdem Wir versuchen mal eins von diesen Also diese hier Diese, 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 diese Ob man da vielleicht irgendwas reißen kann Aber die sind ziemlich schwierig für mich Weil hier habe ich anscheinend eine goldene bekommen, oder? Geht das hier irgendwo? Noch keine bekommen, oder was? Das Problem ist, du darfst dir hier nur noch einen Fehler erlauben Genau, hier darfst du dir überall nur noch einen Fehler erlauben Und das ist fast unmöglich Ich bin, meine Fehlerquote liegt bei 20 bis 40 Dann könnt ihr euch mal überlegen Ich darf nur einen Fehler machen Meine Fehlerquote liegt aber bei 20 bis 40 oder so Versucht mal bitte schön von 40 bis 20 auf einen Fehler zu kommen Oh, hier steht noch gar nichts Dann lass uns mal hier probieren Achso, ich glaube, das müssen wir einen Ticken Ich weiß gar nicht, ob das lauter gemacht werden muss Also denkt dann auch für die YouTube-Leute Denkt auch für die YouTube-Leute Wir mit dem Sound müssen wir dann immer gucken Ich glaube, wir können einen Ticken lauter machen Okay, los Ja, wir machen mal einen Ticken lauter Warte mal Ich glaube, wir machen mal einen Ticken lauter Was haben wir denn zu stehen? Ich mache mal auf 30 Es müssen so einige Spiele Habe ich bei der Videoaufnahme, als ich mir die so angehört habe Habe ich gesehen, muss einiges Zum Beispiel Assassin's Creed muss lauter gemacht werden Was haben wir noch neu mit am Start? Da müssen einige noch lauter gemacht werden Auf jeden Fall Scheiße, geht schon wieder los, Alter Ne, hier habe ich schon Gold geschafft Also hier habe ich es schon geschafft Ja, hier kann ich keine Medaille mehr bekommen Das heißt Ich muss die anderen probieren, sozusagen Man kann die Musik vielleicht noch einen Ticken lauter ab und zu machen Da habe ich anscheinend schon Gold Weil da brauchst du nur eine Oh, mein Hals, Alter Ich darf gar nicht so laut lachen Mir tut schon mein Hals nicht Man, ganz vergessen, dass die Klappe aufgeht, Alter Schwede Wollen wir versuchen mal die Musik einen Ticken lauter zu machen So, oder? So müsste, glaube ich, ganz cool sein Soundeffekte voller Pulle Musik ein bisschen Wollen wir healing malzul Play Musik ein bisschen Musik ein bisschen Oh, hey, Simon man ich war schon so gut man das war schon so gut aus man jetzt habe ich schon mehr wie zwei fehler ich kann erst mal ein bisschen üben das geht voll auf meine stimme in das spiel also mit einem fehler sehe ich mich da nicht trinken ist wichtig ich werde es nie schaffen also noch mehr trinken also manchmal schmeckt es wie pisse oder also auch 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 Alter, scheiße, Mann. Oh, mein Alter, scheiße. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Fahr doch, fahr doch. Wir haben vor allen Dingen, Alter. Oh, ja. Natürlich. Ja, Alter, so ein Berg, Alter. So ein Berg, Alter. Alter, guck dir den Berg an. Ich bin, glaube ich, noch nie so weit gekommen. Ja, guck dir mal den Berg an, Alter. Alter, das ist... Hallo? Ja, guck dir mal den Berg an. Ja, guck dir mal den Berg an. Oh, Alter, schmied, Alter. Ja, guck dir mal den Berg an. Oh, Mann, was ist das? Ich bin, Alter. Ja, das ist ein hartes Spiel. dann müssen wir einen epischen mammut berg dahin jetzt jetzt locker jetzt ja 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 bin jetzt schon bei 19 fehler wie soll ich da bitte mit einem fehler durchfahren wie soll ich denn da mit einem fehler durchfahren nein Stunden später. Vielleicht komme ich da irgendwie langsam hoch. Mal sehen. Das ist ein Stress hier, Alter. Ja! Geht es noch weiter? Ich dachte, das ist Ende, Mann. Das geht noch weiter? Das war doch schon echt noch mehr? Oh, nee. Ah, ja, cool. Uff. Fertig? Hast du gewonnen? Ne? Und? Mann, Mann, Mann. Mann, Mann! Hahaha! Oh, oh, yeah! Hahaha! wie drei fehler ich habe schon mal mit drei fehler wir haben 28 fehler und du darfst nur einen fehler machen man das ist unmöglich also auf der karte werden wir gucken ob ich da vielleicht einen hit landen kann oder so keine chance alter ein fehler nur auf dieser keine chance alter vielleicht langsam fahren ja hier vielleicht Ja, ich bin ja schon beim Start, mache ich schon 500 Fehler. Jetzt gib mal Gas hier. Ich versuche mal gar nicht so viel zu machen. Ich mache mal gar nichts. Ah, schade. Ich probiere nicht, ich gebe mir einfach nur Gas mal. Guck mal, ich habe ja Glück. Guck mal, kann man. Oh, 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 oh. Ah, die Tür. Oh, ich lebe noch. Ja. Nein, bitte, oh Mann, nein, Mann, ich war schon fast da. Aber gut, war gut. Da ist schon fast das Ende, glaube ich. Ich glaube, hier könnte ich es schaffen. Hier bin ich nur bei zwei Fehler bis jetzt. Ah, schade, Mann, schade, Mann. Ich probiere mal nichts zu machen. Das heißt, da muss ich nur bei einer Stelle was machen oder so. Oh, nein, bitte. Fünf Fehler. Könnte machbar sein. Könnte klappen, dann könnte ich die nächsten Maps freischalten. Oh, ein und zwei. Puh, tschüch. Nochmal, nochmal, komm, wir brühen uns. Fünf Fehler hat sich gut da. Mal los. Mal los. Ah, bitte bitte! What? Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, ich gehe es ab. Oh, ich gehe es ab. Oh, ich gehe es ab. Wie hat er so einen Aufschlag, dass er ganze Leben... Ach, schade, Mann. Lieber, langsam fahren. Nein, bitte. Bitte, bitte, nein, bitte, nein, 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 nein. Oh, Mann, scheiße. Oh, Mann, ich habe es geschafft. Nicht, nee, du darfst gar nicht. Nicht, nein. Oh, Mann, ich war so gut schon. Ich war so gut. Mach mal gar nichts. Genau, okay, dann... Fünf Federn, ja, schön. Ich warte mal noch, bis es explodiert. Wiederholen. Mach mal wiederholen. Oh nein, noch mal nichts. Nein, bitte. Oh, ich habe nur noch diesen einen Fehl. Ich habe es fast geschafft. Hör mal auf zum Ohr, man leckt mich am Arsch. Bitte, 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 bitte. Der Bildschirm ist schwarz geworden. Mann, habe ich es geschafft? Oh, leck mich am Arsch. Habe ich es geschafft? Ich muss unter 1,6 Sekunden bleiben. Oh, ich habe 1,14. Alter, ist nicht wahr, oder? Weiter, muss unter 1,6 bleiben, um eine Silber zu bekommen. Und ich habe 1,14. Mann. Gibt es noch eine R-Taste? Wo ist denn hier eine R-Taste? Schade, Mann. Ich probiere es nochmal. Ich muss ein bisschen schneller fahren. Ich muss an manchen Stellen vielleicht ein bisschen schneller fahren. Ach, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Mann, du musst gleich weiter. Du darfst nicht so lange dir Zeit lassen. Ah, Mann. 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 Ich darf nicht so lange warten. Ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft, wenn ich niemanden nicht so lange warte. Okay. Nee, mit Gewalt geht es nicht. Nochmal. Ach. Nochmal. Los. Los. Seh. Los. Los. Ehm, bitte nicht du, Katar-Doh! Oh, da! Habe ich es geschafft? Oh, der schlägt immer. Ich schalte gleich den Scheiß ab, Alter. Und, habe ich es geschafft? Ich bin 1,6. Bitte, bitte, lass es schaffen. Oh Mann, um 420 Sekunden willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das ist echt nicht zu glauben, Alter. Wegen fucking 4. Ich kann da nicht noch eine Konkurrenzzeit machen. 420 Millisekunden, alter Schwede, Mann. Das ist echt... Das ist echt... Ich bin gut gefahren. Habt ihr gesehen? War cool aus, oder? Ich probiere es noch einmal. Dann machen wir mal ein bisschen die anderen Karten. Ein bisschen Spaß noch haben, oder? Drücken wir jetzt hier. Achso, ich bin... Ich war völlig geistig in den Falschen finden. Okay, Mann. Ich leck mich am Arsch mit deinem Scheiß Force-Feed da, Alter. Oh Mann, ich hatte nicht vor. Leck mich. Oh nein, oh Mann. Ey, jetzt Jetzt ist mir aber mal jetzt genug Jetzt halt die Schnauze voll Leck mich am Arsch, du lenkst mich jedes Mal bei meiner Konzentration Mit deinem Force-Feeding, Alter Ich schieb dir dein Force-Feeding gleich hinten rein Wo ist das jetzt hier? So, jetzt leck mich am Arsch damit Kann ja jedes Mal Das Ding hört gar nicht mehr auf, weil er dann irgendwie so ein Irgendwie so ein Overkill bekommt Oder so Geil, abgepasstes Ding noch Leider drei Fehler Okay, noch einmal Okay, noch einmal Okay, noch einmal Yeah, yes Bam, Alter Yeah, yes Yeah Yeah Ich bin gut War gut gewesen, oder? Das sah cool aus, richtig geile Dinge, aber keine Moves dabei So Jetzt kann man mal gucken, ob wir jetzt nur das nächste Ding freigeschaltet haben Oder? Ja Geil, Alter Ja 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 Kriege ich das Kriege ich jetzt ein anderes Motorrad eigentlich? Probieren wir mal ein paar mittelschwere Techniken Probieren wir mal ein paar mittelschwere Techniken Ja 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 natürlich alter backslip natürlich machen welchen ein eis kannst mir bringen halt am backslip eis kannst du mir ein konnetto erdbeer wegslip eis geben heute gibt es ja voll ab weiter wenn ich das drauf habe bin ich ein gott jung ich bin ein gott wenn ich das drauf alter schwede mann ich habe gewonnen was willst du denn jetzt noch von mir und da noch rüber ich lebe noch ich bin ja voll der künstler mann ich bin ja voll der künstler das war geil voll pro oder ich bin voll pro geil an das motor gut dass wir das spiel haben ich war übrigens sponsort bei glitzer foto danke glitzer foto ich sponsort bei glitzer foto hat uns schon eine menge spaß gebracht rach und vielleicht noch ein bisschen besonderes motorrad freigeschaltet das ist deshalb bock gebracht oder ich habe die zweite rennlizenz bekommen das ist ja gerade voll pro aus habt ihr gesehen ich habe ein backslip backslip flüsch cornetto erdbeer überroll gemacht alter voll geil und ein zweites motorrad kann ich mir jetzt ein motorrad aussuchen gib mir mal anders motorrad hier an nee anpassen nee die roach oder die habe ich jetzt oder ja ich habe jetzt pit viper das kann ich mir leider noch nicht zurück nee lass mich damit in ruhe die habe ich doch gerade gefahren oder nicht egal anpassen das ist jetzt neu oder das war vorhin das war letztes mal noch nicht oder die riedel 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 Sieht echt strange aus, oder? Oh, vorbei. Warte, EZZ-Game für dich, Cosi. Was heißt EZZ-Game für dich? Dreh und zoomen, warte. Ah, ist nice. Easy, achso. Heißt easy. Auswählen, okay. Ich hab schon fertig, und jetzt? Zurück. Achso, kein Body-Kit. Warte mal, Body-Kit? Geil, Alter. Kostet das mich was? Verdiene eine Gold-Medaille auf Abgefahren. Ich bin doch schon abgefahren. Ich bin doch schon abgefahren. Ich bin doch schon abgefahren. Wie abgefahren? Boah, guck mal hier, Alter. Alter, hier hast du 80 Milliarden Möglichkeiten. Also für Leute, die Motorrad gerne mögen, sind... Oh. Hey, Mann, Digga. Oh, das kostet ja was. Ich hab aber nicht so viele Feigen. Irgendwo soll ja... Oh. Die sieht ja abgefahren aus. Mit R drehen. Wie drehe ich denn das, Mann? R? Was könnte ein R sein? Achso. Oh, cool, Mann. Oh, cool, Mann. Kann man das sehen? Die kostet aber 1900. Ich hab auch noch 400 Feigen. Ja, naja. Da oben fängt es an. Assassin's Coise. Oh, ganz nice. Aber die ist abgefahren, Alter. 1200, Mann. 1200, Mann. Da ist also noch eine Steigerung. Ich dachte schon, ich hab die beste Karre der Welt hier. Aber hier gibt es anscheinend noch viel bessere Karren, Alter. Die sieht ja irgendwie cool aus, Alter. Okay, dann Räder. Mach mal Räder nochmal. Boah. Kannst du sogar eine Räder kaufen? Krieg ich die umsonst? Ich kauf mir jetzt keine Räder. Ich hab nur 400 und ich weiß nicht, was man noch sich kauft. Oh, 1800, Alter. 200 noch. Geisterrüstung. Hey. Da kann man sich geile Motorrad-Styles machen, Alter. Da kannst du dir richtig geile Motorrad-Styles machen. Ah, den Regler langsam benutzen. Ah, den Regler langsam benutzen. Kartenspiel. Der Joker auf dem... Der Joker. Alter, wie viele Felgen es hier gibt. Und dann noch die verschiedensten Maschinen und Dinger dazu, ne? Kann man das alles gut einigermaßen sehen? Mein Bild ist ein bisschen immer davor, oder? Das ist ja echt... echt heavy, Mann, ey. Oh, der da oben mit dem Totenschädel. E-Wil. E-Wil. Guck mal hier. Mach mal Lamm sagen, Mann. Du... Man kann das irgendwie nicht steuern. Also du kannst zwar... Mach das mal Lamm. Das bleibt doch mal so stehen. Der dreht sich mal weiter. Lamm, mach mal Lamm... Ah, das ist ein bisschen blöder mit dem Zoom. Kann ich doch so drehen, ey. Warte mal, mit der Maus. Ah, ja. Und so lang? Oh, heckt mich am Arsch. Cool, Mann. Echt cool. Und ich dachte schon, ich habe die absolute Burner-Kiste jetzt, Mann. Das ist praktisch noch gar nichts, Alter. Und das ist nur dieses Motorrad. Hier gibt es ja noch mehr, hier. Guck mal hier. Alter, hier hast du 80 Milliarden Möglichkeiten, Mann. Vor allem das Ding hier. Oh, da holst du was. Lord Goiby! Dich gepfeift! Die Kleider bin ich schon gefahren. Die ist ein bisschen, naja. Okay, kann ich dann das jetzt behalten, oder was? Wie kann ich denn entscheiden, welches Motorrad ich jetzt fahre durch? Also immer. Bin jetzt bei 7%. Machen wir das nächste Ding frei? Jetzt kann ich alles spielen, oder was? Jetzt kann ich alles spielen, oder wie? Nein. Kann ich irgendwo einschalten, welches Motorrad ich fahren will? Ah, jetzt kann ich mir ein entscheidendes Motorrad aussuchen. Na ja, dann nehme ich die natürlich mal. Ein bisschen verdiene dir Punkte und spar auf das, was dir gefällt. Ohhhhhhh. Oooooooh. Aber da ist meine Maschine, guck mal. Pff. Scheiße, Mann. Pff. Pff. Ooooooooo! Alter ja! Ufff! Oh, das ist mein Motorrad, das ist dann. Ja, ich hab's gesehen. Boah, ich lebe noch, ha, 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 juhu, oh, nee, boah, alter, ewige Teile, alter, der Typ vom Mobilfettmacht, ja, ich muss schon drüber gucken, hier, Trulli, dich gefallen, und hier, EFB oder so, hier, dich, und wurscht, dich. Ah, ha, 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 ha Noch vier Fehler ist gut, ne? Hier darf man sich sogar... Ja, natürlich, weißt du? Bei dem anderen durfte ich mir nur einen Fehler erlauben. Hier darf ich mir sogar zwei Fehler erlauben. Nochmal. Komm, ich mach nochmal. Bin ich einem weitergekommen? Benötigt zwei Fehler... Achso, du darfst nur zwei Fehler machen. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Okay, drehen. Ja, man kann den Fahrer noch so bewegen. Siehst du hier, guck mal. Ja, man kann hier noch so... Das Muster, damit du mit dem Motorrad besser steuern kannst. Nein, bitte nicht. Oh, ja. Pff. Ja, aber ganz schwor. Geil, Alter. Habt ihr meinen Loop gesehen? Habt ihr das gesehen, Alter? Habt ihr das gesehen? Pff. Pff. Ich bin pro, Alter. Ich bin pro. Ja. Scheiße, kurz vorm Ziel. Auf, nimm den Stein. Nein, das war schon so gut. Ich war doch schon so gut. Nein, oh Mann. Ich war doch voll pro gerade, Mann. Hör auf damit. Nein, ich war auch nicht schon wieder vor dem Gang. Ich bin gerade zu, du. Oh, habt ihr gerade meine Moves gerade gesehen? Das war voll Pro Gaming, Alter, Mann. Ah. Ich höre Wölfe, Alter. Oh nein, ich hab die ganze Zeit die Kopfhörer auf beiden Ohren, Alter. Oh, ich war bestimmt viel zu laut. Ich war bestimmt viel zu laut, Mann. Aber eine Medaille haben wir schon mal. So, ich würde mal sagen, dann hören wir für heute erst mal auf hier. Oder bis jetzt? Also, ich hab schon mal wie viele Medaillen? Ich hab ja 10. Achso, das wird mitgerechnet. Okay, wie viele Medaillen brauchen wir für die nächsten? 20. Also, 10 hab ich schon mal. Warte mal, 10 Medaillen. Ich brauch... Nein, nein, das machst du. Ich brauch 10 Medaillen. Also, 10 Medaillen brauch ich jetzt noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, wenn ich überall eine Bronze bekomme, hätte ich 6 Medaillen. Fehlen mir immer noch 4. Muss, vor allen Dingen ist der was. War toll, oder? War richtig Action, Mann. Richtig geil, Mann. So, die nächsten Karten gucken wir uns dann alle an. Die ich natürlich fehlerfrei fahren werde. Natürlich. Die fahr ich natürlich fehlerfrei. Logisch. Ich kann jetzt Cornetto Erdbeer Flip machen. Ich kann jetzt Cornetto Erdbeer Looping Flip machen. Logisch. Vor allen Dingen ist das alles noch Anfänger-Modus. Das ist alles noch Anfänger-Modus. Die richtigen Strecken gibt es noch gar nicht hier. Ja, Mann. War gut, nicht? Ist das was? Hab ich gut gespielt, oder? Cool, ich sag dir was ging. Du bist ja so, alter Schwede. Ich sag dir was ging. Pass mal auf hier. Warte. Wir gehen mal raus hier. Spiel verlassen, oder? Ui, cool, Mann. So, okay, das hat er gemacht. Okay. Oh, hier steht jetzt was kaufen. Ubisoft. Legacy Weekend. Alle Legacy Spiele für 4,99. Was immer dieses Legacy ist, weiß ich nicht. Legacy Weekend auf jeden Fall. Alle Legacies 4,99 schreibt er hier gerade. Also Leute, geht zu Ubisoft. Da gibt es Legacy Spiele, was immer das heißt, weiß ich nicht, für 4,99. Solltet ihr zuschlagen, ist dieses Legacy Wochenende. Fragt mich nicht, was das ist. Kein Plan, Mann. So, und für Drulli. Hier, guck mal. Da siehst du schon. Das ist ein Coming für den nächsten Modus. Wird nämlich gleich schön gemacht. Chicken Nuggets plus gefüllte kleine Mini-Brötchen. In the fresh. In the air tonight. Oh, since rice. It's another day for you and me in paradise. In the fresh night. So, für die YouTube-Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. War doch recht fresh, oder? Das letzte war echt episch. Die Loops, habt ihr das gesehen? Ich mach Fortschritte. Ich werd noch ein richtiger King, Alter. Der King im Erdbeerfeld. Der King in der Budelkiste. Okay, auf jeden Fall war geil, oder? Also ich war, es war mega geil auf jeden Fall. Los, ab und weiter eine schöne Zeit gewünscht für die YouTube-Leute. Die Livestream-Leute, wir haben ja hier noch, wir haben noch viel zu tun. Abflug. Los, ab und weitergelegen. Abflug.